Im Heuticash-Raw-Video gibt es die Highlights vom Kobold-Fahrt-Push. Im gestrigen Stream sind wir von 0 bis 4.000 so viel in einem Stream gepusht. Ja, es hat irgendwie neun Stunden gedauert. Ich weiß, die Hater sind laut, aber es war wirklich die größte Psychose. Es war absolut unfassbar. Wie wir am Ende die 4.000 geschafft haben, was wir aus der Legendary Kingstress am Ende bekommen haben, das seht ihr im Heuticash-Raw-Video. Wenn ihr solche Videos zu... 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 nicht verpassen wollt, lasst sehr, sehr gerne kostenlosen Daumen nach oben da für diesen Effort. Auch gerne natürlich den Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch sehr, sehr gerne an Creator Code Morten im Shop denken. Und heute Abend auf jeden Fall im Livestream dabei sein. Wir werden Fat GCs grinden, gehen auf Level 12, werden dieses neue Event zocken und wollen natürlich extrem viel Progress sammeln, um weiter Platz 1 der Welt im Projekt zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Chat, es wird Zeit. Es wird Zeit für den Kobold-Fahrt. Okay, wir gehen rein. Wir gehen rein in den Kobold-Fahrt. 0 Trophäen bis 4.000. Okay. Mal schauen, wir haben immerhin... Ich spiele unser Main Deck. Okay, Level 9. Wie Level 9? Wie Level 9? Wie Level 9? Wie Level 9? Bro, sind wir nicht überlevelt? Das ist ein Bot. Bis wann hat man einen Bot ungefähr? Ich habe halt gesehen, dass Trimax auf 3,5 ist. Und dadurch, dass Trimax auf 3,5 ist, sollte ich ja eigentlich auch so vom Sinn her die 4K schaffen, oder? Ich habe keinen Jame Joe, ich habe den schon verlängst verwendet. Also ich kann mein Gott und Stein nicht upgraden. Sehr gut. Vom Spielzug in den Bots, am Anfang sind es immer Bots. Am Anfang sind es immer Bots. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Max auf 3,5 ist, ne? Goblin Bounty? Ist die nicht groß? Ist die nicht groß? Oh mein Gott! Die ist fett! Die ist fett! Oh mein Gott! Okay, wir gehen rein! Erste fette Truhe! Erste fette Truhe! Die ist big! 4.600 Gold! 10 Demonshaar! Spears! Dart Goblin! Oh, 5 Stück! Uns fehlen nur noch 5 Goblin Giants, dann habe ich Level 13 Goblin Giant Chat. Das ist big. Das wäre es nicht smart, das zu machen? Ich brauche die Boost Potions ja eh nicht, oder nicht? Ich brauche die ja eh nicht für den normalen Dings. Die sind ja eh used. Das ist, by the way, kein Bot. Der ist komplett überlevelt. Es gibt Psychosen von, von Dart Goblin, der Lock überlebt. Digga, er ist Level 15! Wir machen es sofort rein. Erinnere mich nach dem Game, wir werden es sofort machen. Ist das eine Psychose, Bruder? Digga, direkt Level 50, ich bin direkt wieder in der Psychose gefangen, bro. Er ist komplett maxed. Ja, ich bekomme trotzdem, was ich verliere, aber es ist ja trotzdem, es nervt ja trotzdem, oder nicht? Geh mal auf. Es ist kein Seizack, es ist ein Snipeter, Digga. Weil die meisten Leute meint, man kriegt die über 1000 Robots. Hmm. Vor allem, ist halt nicht mal hart Arsch, so, ne? Ich hab direkt mir den Arloot auf. Ja, okay, bro. Bro, ich heb die Schere. Scheiß auf ihn, Digga. Digga, bei 300 Trophäen, Level 15a, im Kobold Modus. Die Stirnwende mal lauter. Chat. Big Opening. 900 Trophäen, nachgefüllt sieben Stunden erreicht. Und jetzt gibt's ne fette Truhe. Wir schauen uns an, was da drin ist. Müssen hier schauen. 11 Apex, 39 Wears und ein bisschen Gold. 15 Wild Cards, 31 Kobolde, Spear Goblins. Gun, Gun Goblin Giant. Let's go! Let's go! Goblin Giant, Level 13. Ja, Junge. Das ist halt Big Baba Bubu mäßig. Ja, Junge. Das ist geil. Das ist geil und macht mich geil. Sehr, 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 sehr nice, Chef. Sehr, 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 sehr nice. Ist es hier so over? Gerade das Lucky Drops 50k bekommen. Ja, cool, Digger. Cool. Ich nicht. Ich nicht. Aber ich bin auf 1000 Trophäen. Eine Stunde für ein Viertel, vier Stunden, du bist, bist du fertig spielst. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, großer. Aber wir haben es geschafft. 1000 Trophäen, Kobold-Fahrt. Jet, holt das Handy raus und macht ein Bild. Wir haben es geschafft. 1000 Trophäen, sehr gut. Viertel done. Viertel done. 1100 gibt es die nächste Truhe. Level 15. Und er sieht nicht so aus, als ob er einer von uns ist. Ich bin jetzt komplett maxed. Er ist komplett maxed. Zwei Games, chat. Wir öffnen die Truhe. Wir öffnen die Truhe. G's 2.000 Medaillen Beziehungsweise was es auch immer ist Kobold Trophäen Neuer Arena Chat Wir haben die 2.000 Kobold Trophäen Die Stimmen Schlagschäfchen Enzo Ist irgendjemand von euch Enzo? Bitte sagt, dass irgendjemand von euch Enzo ist Ich kann jetzt nicht gegen Kobold Tüte spielen Bitte Bitte Chat Irgendwer muss mir Hoffnung geben Ist irgendjemand von euch Enzo? Ich lass los, es ist niemand von euch Enzo Chat Sedge Der Projekt ist ein Dein Grind ist geistkrank Respekt an dir Couscous Couscous Hmm Ja, das ist die OVA-Zone. Motnoja lebt! Motnoja lebt! Motnoja lebt noch! Ich kämpfe gegen Enzo! Oh mein Gott, ich lasse los! Höheheheh. Aaaaaaahhh! nein bitte nicht die kd echte vielen vielen aluhut danke dir für dein prime loslassen sagt ich soll loslassen er hat jede karte level 15 so ne das ist schon crazy lange wieder für über 30 absäude chat pivo liebe ja 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 Wir kämpfen. 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 Bitte, ja, ja, mir kommen die Tränen, er gibt mir den Daumen, Daumen. Mann, diese scheiß Fickmaschine. Digga, spiel ich die Gasse gegen Eppler, oder was? Digga, Level 15, Rekrut, Ende Voices! Die holen den ganzen Turm links, es waren zwei Stück, man. Digga! Oh ja, BM mich, Daddy. Darkstar, danke für den Sub, Pipo, danke. Lass ihn reingehen in die Code Maschine ohne Grund. Lass ihn reingehen. Lass ihn reingehen. Lass ihn reingehen. Ja, das ist verrückt. Lass ihn reingehen. Lass ihn reingehen. Lass ihn reingehen. 3-3 Ok, 4000 Gold, Raskills, Mortar, Goblins, Snowball, Fledermäuse, Ramme, Tornado. Ok. Lass ihn reingehen. Ja! 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 3-7. Ja! 3-7. Ja! 3-7. 3-7. 3-7. Und ne Patchendary. Und ne Champion. Boom! Verdient. Verdient. 100% verdient. 3.900. Das ist crazy. Prinz. 3-3. Gern den Hyperture nochmal karamellisieren. Um 1 Uhr für sich. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Langsam Richtung Level 14. Wenn die jemals King-Tower-Truppen Wheel-Rap in dieses Scheiß-Spiel bringen, hebe ich die Fick-Sahne. Wenn da plötzlich dann einfach so Barbaren und Bogenschützen und so in meine Hälfte geflogen kommen. Ryan Gosling-Lover ist wieder im TikTok-Chat, ich heb die Schere auf alles. Ist das alles krank. Turmschliff wieder 1. Ja, jetzt ist aber ober. Ja, ich heb die Schere. Was soll ich tun? Jo, ich werd von jedem BM. Von jedem! Komm bitte. Zwei Games! Ja! Jeremy. Oh, heiliger Jeremy. Du bist ein Macher. Du bist ein heiliger Macher. Ja! Ein Game noch, Leute! Ein Game noch, Leute! Entscheidendes Game für die 4.000 Trophäen im Kobold Pfad. Ich bin jetzt mal in die Geln. Ich bin jetzt mal in die Geln. Alles an Spann! Bitte! Hier rein. Hm. Mal schauen, was er für Level hat. Okay. Man, Level 15 Walnuss. Oh. Oh. Bro, what? Oh. 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 es reicht nicht es reicht nicht nein es reicht doch nicht ich bin weiter defensiv okay der ide hat nicht so viel value gegen ihn oh hat eh wo walnuss was für eine unfassbar schlechte ich hab's gesch- nein ja, nein, nein, ja, nein, ja nach über 7,5 Stunden Habe ich diese Scheiße geschafft? Ist das krank. Und jetzt gibt es die fette Chest. Und jetzt, ladies and gentlemen, öffnen wir die fette Chest. Legendary King Chest. Die habe ich mir eher so verdient. Ich hätte mir 5 davon verdient. 13.700 Gold schmeckt. 70 Wildcats schmeckt. 19 Wildcats schmeckt. 6 Wildcats schmeckt. Fuck, hätten wir ausgeben müssen. Bandit. War sehr dumm. Es nervt. War unfassbar dumm. Habe ich dran gedacht. Egal. Man muss auch mal Fehler machen. Okay, wir nehmen Pekka. Wir nehmen die fliegende Maschine der Flugi. Wir nehmen das barbarische Fass. Wir nehmen Poison. Gib mir jetzt eine gute. Gib mir eine gute Legendary. Fischer, Ram Rider, Holz. Irgendwie sowas. Ist Arsch, aber es ist... Ja, wir nehmen Phönix. Komm. Und auch ein Champignon. Guck mal, welchen Champignon wir nehmen. Wir nehmen einfach mal den Mighty Miner bei Gold. Dann gib mir Psychosen. Wir haben es geschafft, Chat. 4.000 Trophäen im Kobold Pfad. Wenn ihr es auf YouTube seht, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Für die fucking Psychose. Abonniert gerne den Kanal kostenlos. Seid gerne dailies in den Streamen dabei. Benutzt Code Morten im Shop. Und dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Tschüss.